Hallo Freunde, willkommen hier auf unserer Tour. Wir sind heute im Monument Valley. Hier an einem ganz besonderen Ort. Das ist hier der John Ford Point. John Ford ist bekannt durch die ganzen John Wayne Filme und da im Hintergrund vielleicht die Werbung, den Malbroman oder die Werbung sich noch erinnern kann. Das wo er am Pferd gesessen ist, das ist direkt hier hinter uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.